Schönen guten Tag, mein Name ist Kevin. Das ist meine Schule, das Johannes-Kepler-Gymnasium. Ich habe mich für diese Schule entschieden, da mir das Lernen sehr leicht fällt. Außerdem möchte ich später Matierärzt werden und dafür müsste ich ja studieren. Deshalb habe ich mich für diese Schule entschieden. Mein Name ist Tobi. Hier seht ihr meine Schule, die Caroline-Herrscher-Realschule. Ich habe mich für diese Schulform entschieden, weil ich später Polizist werden möchte. Vielleicht möchte ich noch studieren, aber das weiß ich noch nicht. Hallo, mein Name ist Dennis. Im Hintergrund seht ihr meine Schule, die Hauptschule Nikolaus-Kopernikus. Ich bin handwerklich sehr begab und auf dieser Schule wird mir viel angeboten. Es gibt eine große Küche und viele Werkräume. Ich möchte später Tischler werden und auf dieser Schule kann ich viel praktisch arbeiten. Ich möchte später auf diese Schule gehen.